Was ist denn deutsche Tradition? Das ist auch so unfreundlich. Deutsche Tradition? Also sowas wie Oktoberfest oder wie? Oktoberfest finde ich, naja, dann kann man einmal drüber laufen, dann ist es lustig. Aber dann ist Kacke. Aber ansonsten kenne ich keine. Ich kenne nur, es gibt halt nur so Küche, Traditionsgerichte. Aber er meint wahrscheinlich irgendwelche... Ich kenne auch sonst nur so Klischees von Deutschen. Aber ich wüsste jetzt traditionell. Was ist deutsch traditionell? Pünktlichkeit? Aber das ist ja keine Tradition. Ja, das ist schwierig. Wir kennen zu wenig deutsche Traditionen, glaube ich. Oder es gibt keine. Oder es gibt gar keine. Da sollte man ein paar... Gibt es da auch irgendwas Regionales? Kassel? Also so traditionell, was mir so zuerst einfällt, ist halt so ein Aale-Wurst-Frühstück. Aale-Wurst ist so eine nordhessische Wurst, die es nur in Kassel und Umgebung gibt. Das ist lecker. Und die isst da halt jeder. Das ist so das... Das Essen. Aber... Aber jetzt irgendein Ritual oder so gibt es da jetzt auch nicht. Ja. Das ist so... Ja. Ja.